Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen wieder eine Runde Total War Warhammer 2 mit dem Imperium. Und wir machen gleich eine Runde weiter, weil, wie ihr wisst, haben wir das soweit ja schon alles erledigt, was wir erledigen wollten. Wir haben einen kleinen Bevölkerungsüberschuss in der Provinz Rakeland. Das ist unsere Provinz und das freut uns sehr. Mein kurzfristiges Ziel ist es, erstmal Helmgard und Eilard entsprechend da einzunehmen. Dann verfüge ich über eine komplette Provinz und von da aus werden sich dann weitere strategische Möglichkeiten ergeben. Eilard, okay. Ich werde dem ganzen Thema einfach so ein bisschen ausweichen, indem ich mich mal hier in die Büsche gebe. Hinterhaltschance. Vielleicht so. Ja. Das dürfte passen. Was haben wir hier? Okay, wir können natürlich aufrüsten. Wir werden hier in jedem Fall die zweite City bauen. Das werden wir nicht weiterverfolgen. Es hat einen guten Grund. Und zwar, wenn ihr mal schauen mögt, das Gebäude kann ich auch gut und gerne in irgendeiner der anderen Städte bauen. Das brauche ich nicht unbedingt nach oben wirtschaften. Allerdings gibt es andere, wie zum Beispiel diese Reiter. Die kann ich letzten Endes nur in meiner Hauptstadt nach vorne pushen. Äh, was haben wir dann noch? Die Reiter. Dann hätten wir hier die ganzen Mosketeneinheiten. Sind eigentlich nur für hier dann den Schrein des Sigma. Das hier wäre so eine Geschichte öffentlicher Ordnung. Ja, das will ich eigentlich schon haben. Das hier passt. Ja, und so ein paar Reiter können auch nicht schaden. Forschen kann ich leider noch nichts, denn ich brauche immer bestimmte Gebäude. Und die habe ich einfach noch nicht. Ich bin mal gespürt. Greetings, Countryman. I welcome your offer. Aldebrand Ludendorff. Okay. Warum nicht? Ich habe jetzt kein Problem. Also mit den Menschen bin ich kein Kampf eigentlich. Ne, militärischen Zugang, das will ich nicht. Schwer zu vergessen. Wird gar nicht drauf geachtet. Ist Eilat schon vorbei. Beziehungsweise diese Abtrünning. Da sind sie doch. Mal sehen, was passiert. Es passiert nichts. Außer, dass ich jetzt diese City hier einnehme werde. Raise your weapons. Ulrichs will. Ja, und dieses kleine Gefechtchen, das führen wir auch. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich Zeit habe. Kann sein, dass es eine sehr kurze Folge wird. Vielleicht 15 Minuten. Könnte sein, dass es das dann nach der Schlacht dann auch schon war. Erstmal für diese Folge. Ich werde jetzt auch nicht mehr so viel drauf geben, wie lang oder wie kurz. Wie schon gesagt, ich würde gerne konsequent ein Spiel, regelmäßig und so weiter. Bla, bla, bla. Aber ich scheitere selber an mir selbst. Und dafür könnt ihr nichts. Ich letztendlich auch nicht, weil es gibt halt nun mal sowas wie in Real Life. Und deswegen mache ich mir da auch gar keinen Kopf. Ihr werdet das sicher nicht irgendwo verstehen. Handgunners und die Chris Spurman, die werden da vorne stehen. Das ist natürlich die, so vom Dialekt her, sind das doch die Engländer, oder? Das Imperium. Ich komme nicht so ganz drauf. Die Reichsgaard Knights. So. Er bezieht jetzt, finde ich ganz gut gemacht. Er bezieht jetzt auf dem besseren Terrain Stellung. Wir werden mit den Reichsgaard Knights mal, äh, was probieren. Und zwar da rum. Da rum. Da. Die werden dann von hinten einfallen. Er hat von hinten gesagt. Dortmund. Da. For France! Fire! Understood! Go! By Ulrich Sprag! Proskopos ready, General! Pick them up! For the Twin-Tailed Comet. Taking aim. Our weapons are yours. The Empire ensures. No lingering. Swordsman. Sigma calls. Sigma commands. Taking position. so und unser franz gott erhalte franz den kaiser die werden schon ganz schön ausgedünnt ihr haltet mal kurz an halt ab ja die fliehen jetzt dahinter das ist gut was our dude i will not stand idle halberdiers we obey we serve the emperor like scarred knights swordsmen the empire endures sigma for heldenhammer ok die kriegen drauf wieder hoch es hat nicht lang gedauert ja kindisch cool wir haben aber trotzdem einige verluste das gefällt mir nicht hätte man es sicherheit irgendwie besser machen können gefecht beenden jawohl aber was natürlich ganz praktisch ist 47 verlust ist jetzt nicht so wahnsinnig viel das ist ein dreißigstel unserer armee vielleicht das ist okay naja nicht ein dreißigstel das ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber zwanzigstel sowas zum entdrehen egal 25 das heißt wir haben eilhard eingenommen und wir haben nur noch eine bastion der abtrünnigen vor uns das ist das ist helmhard oder wie das heißt und wir besetzen das natürlich da keine Frage und unser franz der hat hier auch gleich mal der kriegt jetzt erstmal den marschierer aufgedrückt erholt sich jetzt mal kurz und dann hol mal helmguard auch noch oh das bleibt erstmal alles so wie es ist das ist fantastisch und hm tja dann machen wir mal weiter ich habe zurzeit richtig bock auf das spiel ich kann es euch gar nicht sagen warum entweder habe ich ich habe jetzt schon lange kein total war mehr gezockt und vielleicht war ich mit dem warhammer 1er teil nicht ganz so zufrieden ach ich weiß auch nicht es ist halt die total war mit diesem spielprinzip der kampagnenkarte und mit dem runden basierten kampagnen teil und dem echtzeitigen das ist einfach schon ziemlich umschlagbar ähm es passiert was es ist trotzdem irgendwo taktisch ja es ist schon ganz gut muss ich muss ich fairerweise sagen es ist schon okay hau mal das gleich hinten raus 125 wir haben noch 15 plätze frei wollen wir da noch einen machen vielleicht zwei und ja da schleicht sich doch der kleine mann hier rein und fragt mich ob ich gleich dazu komme ähm und ich glaube das werde ich auch machen denn family geht vor ich werde mir noch eine Minute gönnen aber in der nächsten Runde denke ich dass das dann gewesen ist nicht angriffspakt mit Emil von Corden Marienburg ne hab ich keinen Bock drauf habe ich keinen Bock drauf habe ich keinen Bock drauf habe ich abgelehnt will ich nicht zahlt sich das jetzt gleich mal nicht aus oder wie nein 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 das hast du nur gemacht weil du da Schwierigkeiten hast ja ich denke diese Folge wird maximal 15 Minuten lang aber so ist das und jetzt werden wir hier in Angriffstellung gehen um die letzte Siedlung zu belagern und wir werden das auch in den Beleidungsmodus machen und wir werden noch ganz kurz schauen ob wir was bauen können oh ja können wir äh eine Schmiede werden wir hier bauen eine Schmiede werden wir hier bauen das ist auch relativ kostspielig ähm schaltet Technologien freien also wir können dann endlich mal was auch immer und wir machen können Pferdestation Gießerei Versammlungsfeld Schmied wir können danach ja etwas erforschen ist ja ganz toll ähm ja ihr lieben Leute Groß und Klein ähm es hat mir wieder Spaß gemacht äh diese Folge hört jetzt auch an dieser Stelle auf Grünbold was kann ich denn in Grünbold bauen achso ich könnte das noch erweitern das werde ich auch tun ähm dann habe ich zwar nicht mehr viel Kohlen aber das passt schon und ja wir haben also neben Grünberg und Altdorf mittlerweile auch Eilhard eingenommen und wir sind dabei natürlich Helmgard zu belagern äh finde ich sehr sehr gut finde ich sehr gut ähm wir sind auf dem richtigen Weg meine Freunde und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge macht's gut bis dann euer Don Firenze bis dann wir können äh los äh Vielen Dank.